Das ist auch der Punkt der Re-Evolution, der Punkt der Revolution, die Evolution des Selbst, der Evolution des Selbst, da findet die neue Revolution der Welt statt. Das ist, wo die neue Revolution des Weltes stattfindet. Nicht indem wir dagegen ankämpfen, was wir nicht wollen, nicht indem wir das, was wir nicht wollen, aber in dem Aufwachen, in dem Waking Up, wodurch wir realisieren, wer wir wirklich sind, through which we realize who we really are. Die Antworten liegen in uns selber. The answers lie within each and every one of us. Wir müssen nur in uns selber reinhören. We just need to listen within ourselves. Genauso wie wir einander zuhören müssen. Just like we need to learn to listen to one another. Und indem wir andere Menschen besser verstehen. As we learn to recognize and to understand other people better, dadurch verstehen wir uns selber auch besser. Through that we also understand ourselves, but through that we understand ourselves better. But ultimativ sind wir ja alle hier alleine. So basically we all are alone in this world. Aber zur gleichen Zeit, at the same time also we are not alone. Wir sind ja alle verbunden, because we are all connected. Wir sind alle eins. We all are one. Und es ist Zeit, wirklich zusammenzukommen. It is time we need to come together. To overcome our superficial differences. Um uns über unsere oberflächlichen Unterschiede hinwegzusetzen. Indem man lernen kann, was du sagst, we can learn, sich in anderen zu sehen. Du sagst, you can learn to see yourself in others. Um dann zu erkennen, dass jeder einzelne Mensch, den wir treffen, ist eigentlich nur eine andere Version von uns. So this we actually recognize that every person we ever meet is another version of ourselves. Kein Ding.